Schön, dass du dabei bist bei dieser neuen Deutschlern-Geschichte. Damit du effektiv lernst, folge allen Schritten in diesem Video. Lass uns beginnen! Hallo, ich bin Sophia. Ich komme ursprünglich aus Posnern, in Polen. Ich stehe gerade am Beginn eines neuen Kapitels in meinem Leben. Es fühlt sich alles so surreal an, fast wie in einem Traum. Ich habe in Posnern Chemie studiert und danach ein Jahr nach einer Arbeit gesucht. Leider konnte ich nichts finden, das mir gefällt. Es war eine schwierige Zeit, aber jetzt hat sich alles geändert. Ich habe eine Stelle in einem Chemielabor in Berlin bekommen. Ich kann es kaum fassen. Die Entscheidung, nach Deutschland zu gehen, hat viel mit meinem besten Freund Peter zu tun. Ich traf Peter vor zwei Jahren. Er ist aus Deutschland und wurde mein bester Freund. Er ist der Grund, warum ich Deutsch gelernt habe. Wir haben zusammen gelacht, vieles unternommen und unzählige Stunden miteinander auf Deutsch gesprochen. Das hat mein Leben verändert. Seitdem ist der Wunsch in mir gewachsen, nach Deutschland zu ziehen und damit ein neues Land kennenzulernen. Vor kurzem war ich in Berlin, um mir einige Wohnungen, oder besser gesagt WG-Zimmer, anzusehen. Nach ein paar Enttäuschungen habe ich dann endlich eine schöne Bleibe gefunden. Mein neues Zimmer ist in einer Zweier-WG im dritten Stock. Es hat ein großes Fenster, mit Blick auf einen Garten, und ist schön hell. Jasmin, meine zukünftige Mitbewohnerin, die aus der Türkei kommt, öffnete mir die Tür. Wir verstanden uns auf Anhieb. Es war, als hätte das Schicksal uns zusammengebracht. Jetzt stehe ich vor der Herausforderung, mein Leben in Poznan aufzulösen. So viele Erinnerungen habe ich an meine Stadt. Ich denke an die langen Nächte, die ich mit meinen Freunden verbracht habe, an die vielen lustigen und auch traurigen Ereignisse und an viele tiefgründige Gespräche. Jedes Möbelstück, jedes Buch in meinem Zimmer erzählt eine Geschichte. Die Möbel und viele meiner Sachen muss ich jetzt verkaufen oder verschenken. Ein Freund von mir, der in einen Bauernhof außerhalb von Poznan zieht, wird viele meiner Möbel übernehmen. Es ist gut zu wissen, dass sie in guten Händen sind. Die Abschiedsfeier war unvergesslich. Wir haben in meiner kleinen, halbleeren Wohnung gefeiert, umgeben von Kisten und Erinnerungen. Pavel spielte Gitarre und wir sangen unsere Lieblingslieder, polnische Klassiker und englische Hits. Jeder brachte etwas mit. Snacks, eine Suppe, Süßigkeiten, kleine Geschenke oder einfach eine lustige Geschichte aus unserer gemeinsamen Zeit. Es war ein Abend voller Lachen und auch mit Tränen. Als die Feier vorbei war, war mir schwer ums Herz. Diese Menschen, meine Freunde, würde ich für eine lange Zeit nicht sehen. Aber natürlich werden wir in Kontakt bleiben, egal wie weit wir voneinander entfernt sind. Jetzt sitze ich hier und denke über meine nächsten Schritte nach. Ich frage mich, wie mein Leben in Deutschland sein wird. Werde ich mich einleben? Werde ich neue Freunde finden? Zum Glück ist da Jasmin, meine Mitbewohnerin. Ich hoffe, dass meine neuen Kollegen im Labor auch nett sein werden. Es ist ein Abschied und ein Neuanfang zugleich. Ich lasse vieles hinter mir, aber ich freue mich auf das, was kommt. Ich empfinde Vorfreude, aber auch ein wenig Angst. Aber ich bin bereit, diesen Schritt zu gehen. Mach's gut, Posnan. Hallo Berlin, ich bin bereit für mein neues Abenteuer. Lerne jetzt wichtige Ausdrücke und Vokabeln. Diesen Ausdruck verwendet man, wenn man überrascht oder schockiert ist, wenn man etwas nicht glauben kann. Eine Bleibe finden. Eine Bleibe ist ein Ort, an dem man bleiben oder wohnen kann. Also einen Ort finden, wo man wohnen kann. Auf Anhieb bedeutet sofort, ohne Verzögerung. Vor einer Herausforderung stehen. Eine wichtige Aufgabe vor sich haben. Unvergesslich sein. Kommt von dem Verb vergessen. Etwas ist so besonders, dass man es nicht vergisst. Jemandem schwer ums Herz sein. Verwendet man, wenn jemand traurig ist oder sich Sorgen macht. Mir ist schwer ums Herz. Sich irgendwo einleben. Sich einleben bedeutet, sich an einen neuen Ort gewöhnen. Na, hast du dich gut eingelebt? Jetzt hörst du die Geschichte noch einmal ohne Untertitel. Hallo, ich bin Sophia. Ich komme ursprünglich aus Poznan, in Polen. Ich stehe gerade am Beginn eines neuen Kapitels in meinem Leben. Es fühlt sich alles so surreal an. Fast wie in einem Traum. Ich habe in Poznan Chemie studiert und danach ein Jahr nach einer Arbeit gesucht. Leider konnte ich nichts finden, das mir gefällt. Es war eine schwierige Zeit, aber jetzt hat sich alles geändert. Ich habe eine Stelle in einem Chemielabor in Berlin bekommen. Ich kann es kaum fassen. Die Entscheidung, nach Deutschland zu gehen, hat viel mit meinem besten Freund Peter zu tun. Ich traf Peter vor zwei Jahren. Er ist aus Deutschland. Und wurde mein bester Freund. Er ist der Grund, warum ich Deutsch gelernt habe. Wir haben zusammen gelacht, vieles unternommen und unzählige Stunden miteinander auf Deutsch gesprochen. Das hat mein Leben verändert. Seitdem ist der Wunsch in mir gewachsen, nach Deutschland zu ziehen und damit ein neues Land kennenzulernen. Vor kurzem war ich in Berlin, um mir einige Wohnungen, oder besser gesagt WG-Zimmer, anzusehen. Nach ein paar Enttäuschungen habe ich dann endlich eine schöne Bleibe gefunden. Mein neues Zimmer ist in einer Zweier-WG im dritten Stock. Es hat ein großes Fenster, mit Blick auf einen Garten, und ist schön hell. Jasmin, meine zukünftige Mitbewohnerin, die aus der Türkei kommt, öffnete mir die Tür. Wir verstanden uns auf Anhieb. Es war, als hätte das Schicksal uns zusammengebracht. Jetzt stehe ich vor der Herausforderung, mein Leben in Posnan aufzulösen. So viele Erinnerungen habe ich an meine Stadt. Ich denke an die langen Nächte, die ich mit meinen Freunden verbracht habe, an die vielen lustigen und auch traurigen Ereignisse und an viele tiefgründige Gespräche. Jedes Möbelstück, jedes Buch in meinem Zimmer erzählt eine Geschichte. Die Möbel und viele meiner Sachen muss ich jetzt verkaufen oder verschenken. Ein Freund von mir, der in einen Bauernhof außerhalb von Posnan zieht, wird viele meiner Möbel übernehmen. Es ist gut zu wissen, dass sie in guten Händen sind. Die Abschiedsfeier war unvergesslich. Wir haben in meiner kleinen, halbleeren Wohnung gefeiert, umgeben von Kisten und Erinnerungen. Pavel spielte Gitarre und wir sangen unsere Lieblingslieder, polnische Klassiker und englische Hits. Jeder brachte etwas mit. Snacks, eine Suppe, Süßigkeiten, kleine Geschenke oder einfach eine lustige Geschichte aus unserer gemeinsamen Zeit. Es war ein Abend voller Lachen und auch mit Tränen. Als die Feier vorbei war, war mir schwer ums Herz. Diese Menschen, meine Freunde, würde ich für eine lange Zeit nicht sehen. Aber natürlich werden wir in Kontakt bleiben, egal wie weit wir voneinander entfernt sind. Jetzt sitze ich hier und denke über meine nächsten Schritte nach. Ich frage mich, wie mein Leben in Deutschland sein wird. Werde ich mich einleben? Werde ich neue Freunde finden? Zum Glück ist da Jasmin, meine Mitbewohnerin. Ich hoffe, dass meine neuen Kollegen im Labor auch nett sein werden. Es ist ein Abschied und ein Neuanfang zugleich. Ich lasse vieles hinter mir, aber ich freue mich auf das, was kommt. Ich empfinde Vorfreude, aber auch ein wenig Angst. Aber ich bin bereit, diesen Schritt zu gehen. Mach's gut, Posnan! Hallo Berlin, ich bin bereit für mein neues Abenteuer. Wenn dir dieses Video gefällt, dann schreib uns gerne einen Kommentar. Und lass einen Like da. Damit zeigst du uns, dass du noch mehr solche Videos sehen möchtest. Bis zum nächsten Mal!